Ein herzliches Willkommen bei einem neuen Gamescom Video und heute wollte ich mal ein kleines Sony Special machen und zwar haben wir uns eine Zeit lang an dem Sony Stand aufgehalten bei der Playstation und ja da habe ich erstmal ganz viel gefilmt und das wollte ich euch natürlich zeigen und in dem folgenden Video moderiere ich das auch per Handy, also live und nicht jetzt nachsynchronisiert und ich hoffe es gefällt euch. Wir sind hier gerade wieder bei Sony, Playstation Vita, ich weiß mal wieder nicht wie das Spiel heißt, aber es spielt gerade Miss Piggy gegen den Anders, das Spiel verstehen wir ja immer noch nicht. Das ist ein lustiges Spiel und du kackst hier wieder ab, ey. Und so. So jetzt ist ja auch wieder ein Spiel heiß, das heißt The Muppets Movie Adventures, wusste ich. Wieder voll am abpacken hier. Oh, wie hast du das denn geschafft, dass der da ist? Jetzt darf ich nicht getroffen werden, macht er so Blitze? Ach, man muss den Blitzen ausweichen, dann kommt der irgendwann. Ja, irgendwann runter. Oh, scheiße. Jetzt bin ich tot. Nur noch ein Leben, dann. Ich sterbe gleich, warte. Der hat ein Schutzschild, ja. Guck. Guck, der hat auch noch ein Leben. Und der wird mich gleich töten. Oh, Mann, jetzt wird er mich wirklich töten. Scheiße, Drache, du Arschloch. Oh, jetzt hat er mich getötet, ey. Oh, Gott. Es war aber... Wir sind hier gerade bei Lego Batman, Lego Batman 3, der Nachfolger. Hier ein kleiner Splitscreen in der Diagonale. Sieht auf jeden Fall besser aus, finde ich. Wir sind hier jetzt bei Big Fest. Das ist so ein Spiel, das ist... Da muss man sich irgendwie was bauen. Also hier, Mixing Nest. Ja, so ähnlich wie Social Empires, kennt ihr ja von mir. Oder andere Facebook-Side, wo man halt seine Sachen upgraden muss und so weiter. Aber halt nur in Städte-Dinge. Sea-Wake-Word. Interessant. Aber ich glaube, wir gehen weiter. Jetzt wissen wir auch, worum es in dem Spiel geht. Sie erklärt das mal ganz kurz. Ein Cowboy, der erscheint gerade, erklärt mir oder sagt mir, was ich tun soll. Und wenn ich das getan habe, dann kriege ich viel. Ja, man muss ja anscheinend die Leute unterhalten. Man hat hier so eine Art, was sagt man hier, eine Art Freizeitpark oder so. Big Fest, sag ich mal. Man hat halt ein Fest, sag ich mal. Und da muss man hier in diesem Spiel weiter ausspauen, sodass man halt irgendwie die Leute unterhält. So, und jetzt sind wir hier bei der Playstation 4 und spielen Project Cars. Ihr merkt schon, ich bin heute am Sony-Stand viel unterwegs. Oh, ja, ihr seht, meine Cousine kann ich Autofahren. Okay, konzentrieren. Ja, konzentrieren. Du bist von Tarnetz da. Steht da. Also, ich muss mal ein bisschen schärfer stellen. Ja, deswegen spiele ich sowas nicht. Weil, äh, ich kann halt genauso schlecht wie die, ne? Nicht in den Gänen. Ähm, aber falls ihr das Spiel interessant findet, könnt ihr euchs ja kaufen. November 2014 kommt es für die Playstation 4 raus. Ich chill ja so gerne am Sony-Stand. Jetzt ist es so schön chillig. Hier kann man schön aufnehmen. Deswegen kommt auf der Gamescom Mai hier beim Sony-Stand vorbei. Hier sind wir bei LittleBigPlanet. Und, ja, das Spiel haben wir irgendwie nicht so ganz verstanden. Da haben wir uns von den anderen Leuten da helfen lassen. Was ein bisschen kompliziert war mit der Steuerung und allem. Die kleinen Rätselchen, die man da lösen musste. Haben wir uns wirklich helfen lassen. Und dann haben wir halt zu viert auf der Playstation 4 gespielt. Passt ja. Äh, ein lustiges kleines Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber, also, irgendwie, manchmal ist man dann doch ein bisschen verpeilt da durchgegangen. Und, ich hoffe, die Ausschnitte aus diesem Sony-Special haben euch gefallen. Weil, ich muss einfach mal sagen, ich finde den Playstation-Sony-Stand irgendwie am besten. Es ist halt, äh, ist halt einfach geil, weil man dort sich schön hinsetzen kann. Schön an der Playstation was spielen kann. Und es auch nicht so voll ist, sodass man halt auch, äh, gut und gerne da drankommen kann. Nicht so wie bei anderen Sachen. Ähm, und die verschenken da auch Sachen. Und irgendwie passiert da immer was. Also, ich finde den Sony-Stand sehr untheit. Ich habe nochmal einen Loop an die Leute, die das da alles organisieren. Sony ist beste Klasse, finde ich. Wir haben auch auf Singster gespielt. Aber, ähm, ne, das haben wir nicht aufgenommen. Ne, 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 das soll ja keiner sehen. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken bei den zwei Freunden, die noch mit uns auf der Gamescom, die zwei Tage dort waren. Hat mir Spaß gemacht. Meine Cousine ist Samstag nicht dabei. Aber Sonntag kommt sie wieder. Aber Samstag bin ich dann mit anderen Leuten dort. Und, äh, ich bedanke mich nochmal bei allen, die da sind. Es macht wirklich riesen Spaß. Und ich bedanke mich auch dafür, ähm, für die Views und Likes und Kommentare in den letzten Videos. Wow. Also, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also, ich finde es einfach so krass, dass, äh, die ersten zwei Videos, glaube ich, schon über 100 Aufrufe haben. In einem Tag. Wow. Also, ich bin völlig durch den Wind und, äh, ja, ich finde es echt geil. Danke, danke, danke. Und ich hoffe, das ist mit den Videos hier auch so. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Gamescom-Video wieder.